und zurück bei wir machen jetzt als erstes innen fest und wir gehen jetzt nach mutter fahr zu musik nach dem ja es ist müssen sie ja es ist nicht da bei dem nicht nur gegen das ein erledigt ihr werdet wo 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 ich bin auch cool da riesig ich will er sagen geht ja es sollte man es geht normalerweise nicht aus den zweiten Schuhen ein dringend weiter er wird wo du ich ja er wurde bei der davon getötet vorfacht noch was tut ach er wird dachte ein Typ der da auf mich schießt ist reich durch die schießen ja welchen zwischen dir und dem Monsterstand ihr das war nicht nein es war nicht ein ach so ja das könnte er klären ja ich glaube auch klären wo wir tot sind ist jetzt nass zu holen ja ähh hast du schon wieder ach du meine Nase das Teil macht echt damage ok ich bleibe im Fernkopf soviel kann ich jetzt schon sagen der Teil ist jetzt tot hab ich gerne ich glaub mein Arsch hat's umgebracht wo ist denn die Meinung ein Pad macht mehr Schaden als ich ja meint doch ja das ist ja immer überpowered in dem Spiel meins ist verschworen in Torstein 1 hab ich nie bemerkt das Pad? doch nein doch ich hab die immer mit Zaubern es hat immer die Viecher an denen sie vorbeigelaufen ist ja ich hab sie auch immer mit Zaubern ausgesucht das war mein Pad in Torstein 1 war geil es hat dann den Zauber das ist so ein brennendes Schwert beschwören konnte ok ich hab das Gefühl die Teile sind ganz so stark hier ja Level 21 ja also ich geb mein Pad eigentlich immer so ne Spelz dass es irgendwelche Sachen beschwört und dann hatte ich da irgendwie vier Leute die mit mir rumgelautscht sind das war ziemlich cool ich hab noch keinen einzigen Zauber für mein Pad gefunden ich hab zwei Zauber sie benutze ich beide meins hat ein Zauber irgendwie das das ist irgendwie HP zieht von irgendwas glaub ich könnt ihr kurz warten noch ruhig boah diese Meleys hier sind ja ich muss bloß kurz mich wehren äh oi hier gibt es quasi Lesken und das ist nicht Ding Max scheiße diesen Dreck boah die werfen Granaten gehts noch? habt ihr keine Freunde? Alter ich höre Odin ja bis hier gleich hört die kurze Katze ja du bist ein bisschen mau ja ich hab Odin gehört ach warte 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 ich wurde jetzt hab ich gerade so ne Sonnenruhe zu schreit jetzt hab ich vor sieh nen Rapele Portal gesetzt kann ich mal kurz was sagen Max was denn? Shepard hat mich mal gekillt sich da steht das steht sind vier wo es gilt in Klammern Shepard im Chat ja steht bei mich steht sie nur so bei mir steht dass ihr alle bloß wegen Nassdool drauf gegangen seid über mich steht noch ein bisschen mehr weil von von Shepard läßt ja nichts denn mich steht das Reinkode von Nassdool ja der es wird durchgestorben ist bei dieser Typ der die Christen äh Leck Lowe Leck wasen was so fuck okay was hast du für mich du hast coole Hosen den da erschreckt es hat sich die Sachen wie ich auch nicht und ich auch nicht nämlich ich ich bin mal was ich da durchbekommen Mann und ich habe es darf mit 100 64 dann benutzt ich benutze ich nicht und vor allem ist es ebenso und ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin 27 27 im Nachhinein kam sie vor wie 100 für eine die Schmerz um zu um was ist ich glaube wir würden sterben wenn wir so weitermachen ne okay 2,2 help recovery per second das ist cool Uh das sieht geil aus das sieht geil aus Fire Damage hm na das nehme ich ich habe hier noch irgendwie sowas von Rare Tech aber ich ich bin da jetzt bitte was und machen wir die Quest von dem weiter ja wird schon so weit weil der Krieg noch zum Kunststoff er wohnt da sind das für Leute und ich hab nur Sensor wie kalt ist das so ganz klar was zu Sensor und und ich weiß nicht ich weiß nicht ich habe wenigstens einer ich bin ich mag mal kurz nicht ja ich bin auch so 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 ein Mischding manchmal kann ich ja so machen oder ich mach nur einfach so zu wo müssen wir denn hin Tau aufs Mund wir müssen noch da oben ja zu dem Sternchen und hier ist er hat einer ein Ausrufezeichen willst du mir was sagen aha ja das schaffst du es mal ich nicht aha interessant warum hat der so ein komisches Ausrufezeichen keine Ahnung jetzt hat er bei mir ein Fragezeichen please you must go to the mesa to the north das ist ein bisschen Fokus worden eh noch nur die haben goldene Schilder Uwe zu allah Alter wie soll ich denn hier fischen wenn mich ständig irgendwelche Penner angreifen ja 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 dann warte ich bin grad fischen ja hör auf damit wir brauchen Hilfe ja ein großen Tunnelschark wo seid ihr ach da unten guck auf die Karte ja ja die ist bloß bei mir so klein weil mein Steady ganze Zeit die Karte Aua das große Teil wo seid ihr Hilfe seid ihr durch diesen Gang gegangen ja guck auf die Karte siehst du sie mal sie ist bei mir für klein die Karte das ist ein Job für dich Max ja 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 warte und schon ein Job für mich mich zu verziehen oh der will ein 20 endlich ist auch fach ich bin fast tot dann wird es mir Zeit für ja hier sind drei Typen die Fame geben ich mach den einen Tod oder auch nicht die hier bei mir ist ja ich nehm den letzten ich nehm den starken hier ja schon den will ich nehm ich nicht nehm boah ich drück den ich drück meine Gegner mit dem Fisch Zauber für Weltkopf ich bin fast tot ich bin fast tot wegen den kleinen Mistgegnern die kleinen die Nerven voll die Ziele immer dann kann man den Fall wegdrücken mit dem Zauber überbauen da hat er sich hat er mich gerade an sich angezogen und was macht er was ist das denn für ein drin ah ne so zwei kleinere ja ich seh's ich merk's Aua ich hab einen von den Typen gekillt ja ja und haben wir ein paar mehr so Level 22 jetzt hab ich noch einen neuen Fame Rang was bringt Fame well known ich bin jetzt well known ich bin ich auch Inventor kam irgendwas cooles ich bin ich bin es ist ein doch ich bin ich bin ein naja na rein ich bin ich bin ich bin wird ich kann ich muss ich bin die die was erweißen die Kurs und die Türen nicht weiter und ich glaube ich stehe bis rum ja auch so ich hab da eine verkarte Welt weggezogen das ist die ist und ich kuhl und zudem gehen und gehen und noch ein bisschen bis zum sonst Sennst Jürgen 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 Fokus erst müssen noch zurückbringen zu dem Typen der das letzte Mal ausgeschlossen hatte wo ist er und das ziel das hier sind ja was ist das das ist nicht meins ich weiß es meint er hat sich nicht mehr dass es macht auch praktisch gefällt aus dem seltener um wo ich mir eine typ der diese zum ausrufezeichnen ich sage sobald ich habe ihn jetzt noch ein Zauberungsgeräusche machten alles fest und um ich habe das Film bekommen ja ich habe getötet ich habe ich nicht um jetzt habe ich fest gemacht wir haben die Schüsse gehen ich habe auch mal als Omanort und nochmals nach Prozent können ich bin heute nicht nur gelegentlich machen Zauber die auf die anderen verteidigen es sich geiler ausgestattet das ist das Prozent Prozent ja gelbe das muss ein bisschen wollen nicht weiß da habe ich gefischt als ihr euch fast umgebracht hat aber hier ist noch einer der so eine billige Quest hat um sei ich hätte ich noch nicht in die Macht noch noch nie fällt aus denn Mutter so ich wäre ein Dynamit wo es jetzt noch das macht ja sogar noch heusend und ich will doch das ist mir und die Rüstung ist besser wo gehen wir hin zu der Schwingz oder auch über den Tau auf den Mund machen genau und hier ja ich muss den Kurs aus wo auch ganz schön neil wird sich über die Sorge wohl in der Nähe von mir so muss das die Nieder ich bin in deiner Nähe ach egal warum kommen wir alle zu mir auch fast ich kann die einfach zurückschutzen ich auch Schott das ist nicht du oder ich habe gerade um irgendwas 8 hier seid ihr okay da und ihr hattet ja wer wollen wir wollen so sagen wo es auch immer da gerade war es ist stark ein bisschen zu stark es sind nach maßnahmen die Sniper sind stark ja so ja so tot ich frage einfach mal kurz Sniper, weil da war echt rot. Ich laufe hier rum und lass mal... Scheiße! Oh, das ist cool, ich lass mich mal in der Stadt wiederbeleben. Ja, kann sich kurz zu uns warten. Ja, weil da ist ja sowieso das Redpoint-Dings da. Mach ich doch mal? Nein, ich würde gestorben, bitte bleib beim Leben, ja. Äh, was hast du? Jetzt hab ich schon wieder einen Loading-Screen drin. Okay, jetzt aber nicht mehr. So. So. Wie hast du sie so schnell fertig nochmal? Was hab ich getan? Nein, nein. Ja, der Skill ist halt sehr gut, ich habe... Anfangs Skill habe ich sowas von aufgelevelt. Wann will laufen, dass ein übergegnern Weg untergreifig anhält? Nein, nein. Oh, das schädigst du immer. Und steinschen. Oh, unter dem Steiner viel Geld. Scheiße! Okay, ich schneid's nochmal raus. Und weiter, und weiter, und weiter, und weiter. Und weiter, und weiter, und weiter. Ja, aus diesem Kreis kommen immer wieder neue Fellmonster. Erklärt so einiges von der Kreis, oder? Ah. Wollten so stark, Viechermann. Geh mal um zu den Sternen, dann so so rechts ein Fellmonster. Das sind schon harbende Musik. Äh. Ne, wir haben mal. Der wird 22. Der wird 22. Wer die zieht in einen Rand? So cool, das sind auch 180. Und sich kann nur in die Skill. ich guck mal was hab ich denn Patchwork School Kerk Scheiße hmmm 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 Nehm ich mal? Hallo? Los! Danke ähm Desert Armor of Electric Rage das sieht geil aus hmmm boah ich aber alles nicht irgendwie Firearmulets aber was ist ich hab gerade genommen. aus dem permanenten Skil gesetzt uuuhu ich bin hier oben wo es weiter geht bitte nicht da hinten ein Teil hier kommt aus so ne aus was geht es gut zu hören Ohne kommt so ein komischer... Hey, was guckst du? Achtung, aus den Ohren können ab und zu mal solche komischen Typen rausbringen. Früher war es so als Skelette. Jetzt sind sie nicht mehr als Skelette. Ständlich. Gehen wir dann ein? Wie ist ein Banditen? Okay, ja, nicht schön durch, okay? Okay, loading schön schnell ich wieder auf. So. Ähm, ich höre mich. Ein bisschen. Warum stehten hier beide nur? Habe ich ein Disconnect? Nein, okay. Nein, wir standen einfach nur. Das sah aus, ich dachte, ihr hättet jetzt nicht mehr gesagt, hätte ich echt gedacht, ich hätte ein Disconnect. Oh mein Gott, was ist das? Der. Der ist... Au. Die sind Mumien übrigens. Die sind auch mies. Die sind mieser Dending, habe ich sogar das Gefühl. Das ist nicht mein Entgier, der Typ. Nein, ich höre Game-Gegner. Also, das sehe ich so aus, wer ist so fetter, entgegen, ne? Irgendwas tötet mich schon wieder. Ah, irgendwie so ein Attis-Gelette. Ach so, das ist doch. Ein Dün-Feind, oder so. Also, das hat sich jetzt die Teile heißen, Dün-Friend. Ja, habe ich auch gelesen. Weil so ein Teil hat nämlich die Ahren umgebracht, das hat lustig aus. Der Dün-Freunde, oh, Mumien. Alter, was machen die mit mir? Ich stehe gerade in irgendeinem Tornado, auch du Köcke. Ich kann mich nicht bewegen durch die Mumien. Für welches Level ist dieser Dungeon? Ähm, für uns okay. Wer hätte die Gäste verdreifend sind, der ein Gegner ist. Nein. Alter, was irgendwas passiert? Du musst mir okay. Ja, die Mumien, die sind voll scheiße. Ja, meine Frisse. Die ist dann nicht. Die entziehen, glaube ich, sogar Mana. Ja. Und die ziehen nicht irgendwie ran. Oh, da ist ein Archefakt, den werde ich öffnen. Hier unten ist... Jo. Mann, gequatscht. Ey, der, wie will sie denn? Hier muss eigentlich weitergehen. Das sieht doch so aus. Ja, das ist auch eine Chef. Ja, darum... Oh, du musst mal da hinkommen. Wohin? Öffne den zweiten Tag gefahren. Na ja, der hinter. Ganz schnell hinter tippen. Warte, ich glaube nicht. Ich komme auch nicht drüber. Ich glaube, wir müssen hier durch. Nee. Dann müssen wir raus. Da muss ich ein Quest abgeben. Warte. Warte, ich habe... Nee, das nicht. Nur hier, aber... Wir müssen mal abgucken, weil hier waren vorhin so zwei Teile, die konnte man betätigen. Also, ja, glaube schon. Ja, ich habe eine Tür, die müssen wir irgendwie aufkriegen. Nichts gilt es jetzt. Die hinter ist irgendwas, das leuchtet. Okay, das ist das, was nehmen wir. Ich mache mal was. Wie kommen wir da durch, Alter Mann. werden ich glaube ich hab's nicht wir haben ich habe die ersten Mann für die Typen ja habe ich habe ja auch die ganze Zeit eigentlich hatte das letzte von den Glocken noch mehr als Ruhe verständlich weil die Mütter ist nur gerade angequatscht Roboter Arm Roboter Parts search for more pieces of the robot man guckt ihn das nämlich mal raus also dass sie hier nicht immer gezeugt wird ich muss ein paar Sachen wieder verkaufen Tau auf den Mund haben wir fertig wir müssen jetzt also noch abgeben und verkauft eben noch kurz was ich bin neuer Schachtgarten und ich schneide den Ladescreen wieder hoch und bei der also noch schnell die Quest abgeben die die einfach den Problem auf den Weg und hetzt die Welt auf den Weg ja genau hey, hier ist ne Truhe ich komm wieder ja mein Mahner ist low meine Fresse hier sind viele sehr wertvolle Sachen doofe Typen mit Schild ja, dein Mahner ist low als Maul ich ignoriere die Probleme es gibt keine Probleme ich bin bei Level Up nicht hinter dir sind irgendwelche Viecher die dir hinterherlatschen es gibt keine Probleme ja, ja, ich bin Gaston oh, fuck, ist die fette Taste Knochenhaufen hält mich auf die Westmann liebt mich auf stirbt durch meine Töre jo, was kannst du mir geben, bis wir dich haben oh, hier ist auch ein Typ mit dem Fragezeichen ja auch Hilfe oh, das sieht geil aus auch immer, das ist es sind extrem geil aus also, das sieht so nicht mehr Monsterhunter aus, aber ja, kann ich glaube ich verschmerzen aber irgendwas zum Schlotten oh oh ich habe eben so ein Quest angenommen ich habe mir jetzt mal einen anderen auch nicht, das sieht so scheiße aus dieser Hut man sieht so toll aus vielleicht scheiße was hm oh oh Mystical Greats aber der gibt mit dem also ich habe weil ich ein bisschen gelaufen ist zu einem und der sich aussehen ich meinst du ein Goblin sieben ja, hast du schon ich bin ich habe zwei die kann ich beide nicht noten welcher ist nicht die 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 ja gut ja gut aber die selbe kann ich dir wegpacken Kürtel Portusdorf ja, okay, bräuchte alles nicht, aber auch ich habe die Quest schon fertig, oh nun, die ich gerade endet noch und die kleine da meinten ja, ja angenommen und leichter auch ich aber alles nicht annehmen ist es am besten wert nein, das ist ein bisschen okay weil wir haben die äh ist bei uns auch gerade was mit FN auch untergegangen nein, glaubt nicht keine Ahnung ich habe mich in der Welt 23 dann 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 die Klingel cool Wattel, die Künstler 6 gewählt ich kann das wettes gehen mit dem so wie von Grün und die Juli zu kürz ich habe ich mal wieder mal ein wäscher machen eigentlich ziemlich gerne was ich hier so haben und m an der lagerfeuer auf ja ich möchte eben ein skill benutzen was sagt er hier hat er gar nicht gesehen wo ich jetzt bei mir dort ist da jetzt über dem Kopf irgendwas festgestellt ich weiß was es geht macht es so durchlesen Prozent die Falle erwähnt sich in uns also hextet mich noch das ist einfach ein Baff Mara Kostens und so und die Sekunden Sammeldungen es gibt nichts mehr mit mir noch beckte zu unternommen und kreis ich gehe noch mal ins geht's durch und das hat man auch genommen ich muss es mit karte vergrößern sie sich unbedingt ändern ok es ging bestimmt schon wieder 25 Minuten die Folge wenn ja dann war es ein extra voll die sind aber also langweilig mit der Zeit überhaupt nicht mehr mitkommen weil ich hätte immer zwischen den Landesglied rausschneiden ja viel Spaß okay dann tschüss und hatte warte ich muss mich noch schöner Klager verletzt und das ist wieder okay und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Fall auf Wiedersehen